Am 17. März 1945 wurde Paderborn zu 80% durch Bombenangriffe zerstört. Vor allem der historische Stadtkern. Vom Rathaus war nur die Fassade zum größten Teil erhalten. Paderborn hat heute 150.000 Einwohner. Sehr sehenswert ist das Rathaus, der Dom, die Pader und Schloss Neuhaus. Das ist die Fußgängerzone. Wenn Sie nun in diese Richtung gehen, kommen Sie zum Marienplatz. Diese Statur zeigt die betende Mutter Gottes, darunter Figuren des heiligen Liborius, Karl des Großen und Heinrich des Zweiten. Das Rathaus mit den drei Giebeln und den vielen Fenstern im Obergeschoss ist sehr sehenswert, sowie der Pfauenstuhl und das Treppenhaus. Gehen Sie dann links aus dem Rathaus zur Marktkirche. Die Kirche wurde 1945 bis auf die Außenmauer und die Säulen zerstört. 1949 bis 1958 wurde die Kirche wieder aufgebaut und später restauriert. Sehr sehenswert ist der Barockaltar, die hängende Madonna, sowie die Kanzel. Gehen Sie nun zurück zum Rathaus. Am Rathaus vorbei, rechts in die Gasse zum Schildern und dann sehen Sie schon den Domplatz. Der Dom wird zur Zeit restauriert, sieht dann aber so aus mit seinem Vierziertürmchen. Das ist der Neptunbrunnen. Der Domturm ist 92 Meter hoch. Die über 100 Meter lange, Dreischiff-Hallenkirche hat zwei Querhäuser. Der gotische Gesamteindruck ist nicht wesentlich verändert. Der Eingang zum Dom ist sehr sehenswert mit dem Paradiesportal. Beeindruckend ist der Hochaltar. Die Kanzel, die gotischen Fenster, die Orgel, sowie die doppelte Madonna. Das ist das Grabmal des Fürstbischofs Dietrich IV. von Fürstenberg. Gehen Sie nun in die Krypta. Die Krypta ist 32 Meter lang und 12 Meter breit. Eine der größten Deutschlands. Hier liegen übrigens die Reliquien des heiligen Schutzpatrons Liborius. Über den Kreuzgang gehen Sie zum Kapitelsfriedhof. Über den Pfauenbrunnen finden Sie dann das Drei-Hasen-Fenster. Gehen Sie zurück zum Kreuzgang. Da ist ein Ausgang zur Kaiserpfalz. Vorher gehen Sie bitte noch in die Bartholomäus-Kapelle. Sie ist die älteste Hallenkirche und beeindruckt durch ihre besondere Akustik. Direkt daneben ist die Kaiserpfalz. Die habe ich nicht aufgenommen, weil die zur Zeit renoviert wird. Gehen Sie dann um den Dom links herum. Eventuell zu dem Dom-Café oder in dieses Museum. Von da aus gehen Sie dann in die Gau-Kirche. Gegenüber von dem Café. Die Kirche ist auch 1944-45 durch Bomben zerstört worden. Nun einige Innenaufnahmen von der Kirche. Wenn Sie nun aus der Kirche kommen, gehen Sie rechts in Richtung Busdorf-Kirche. Schauen Sie sich den Dom nochmal von der Seite an. und gehen dann über die Straße zur Busdorf-Kirche. Das ist die Busdorf-Kirche. Von der Kirche. Von der ursprünglichen Kirche, einem Achteckbau mit vier Flügeln, stammen die beiden Rundtürmchen. Diese sehen Sie dann beim Rundgang durch den Kreuzgang. Seitlich neben der Kirche geht es zum Kreuzgang. Hier noch ein kleiner Garten, der zum Kloster gehört und hier der Kreuzgang. Und jetzt müssten Sie von hier aus diese Rundtürmchen sehen. Danach gehen Sie dann wieder in Richtung Dom. Am Dom vorbei, am Café vorbei, am Ende rechts ca. 50 Meter und dann wieder links. Jetzt sind Sie an der Abdinghoff-Kirche, einer evangelischen Kirche. Sie steht direkt neben den Paterquellen. Eine einfache, schlichte Kirche. Und hier nochmal ein Modell der Kirche. Jetzt haben Sie alle wichtigen Kirchen in Paderborn gesehen. Wenn Sie aus der Kirche kommen, gehen Sie über die Straße zu den Paterquellen. Die Pater entspringt im Herzen von Paderborn und daher auch unser Name Paderborn. An dem Kribbeln des Wassers kann man sehr gut sehen, wie viele Quellen hier ihren Ursprung haben. Es sind ca. 200 Quellen und aus denen kommt pro Sekunde 5000 Liter Wasser. Die Quellen gehören zu den stärksten Quellen Deutschlands. Die Pater fließt jetzt durch mehrere Kanäle zu einer Mühle. Künstler haben hier die Waschfrauen dargestellt. So wurde früher wirklich die Wäsche gewaschen. Hier auch noch ein Gärtner und der Gänsehirt, der hier verewigt wurde. Hier sehen Sie dann nochmal die vielen Kanäle, breit oder schmal, die zur Mühle geführt werden. Und hier haben wir noch eine Schleuse, die für Anschauungszwecke geschaffen wurde. Hier ein Mühlenrad, hier wird dargestellt, wie Kraft von Wasser übertragen wird. Nochmal ein Blick in die Parkanlage der Pader und dann gehen Sie in Richtung Mühle. Rechts weiterlaufen, an der Mühle vorbei, dann über eine kleine Brücke und dann geht es wieder rechts in einen Weg rein. Dann kommen Sie zur Bibliothek. Rechts sehen Sie nochmal den Dom und dann gehen Sie links über diese kleine Brücke und halten sich dann links. Danach sehen Sie wirklich schöne alte Fachwerkhäuser. Direkt neben den Häusern finden Sie dann das Adam und Eva Haus. Heute ist das ein Museum. Hier laufen die Quellen der Pader zusammen und bilden so langsam einen Fluss. Die Pader ist der kürzeste Fluss Deutschlands, nur vier Kilometer lang. Er fließt in die Lippe, erst in den Padersee und danach nach Schloss Neuhaus. Und da fahren wir jetzt auch noch hin. Schloss Neuhaus ist ein Stadtteil von Paderborn und hat hier auch schöne alte Fachwerkhäuser. Natürlich auch eine Kirche, die wir aber nicht mehr zeigen, sondern das wirklich schöne Wasserschloss. Ein Wasserschloss ist natürlich mit einem Wasserkraben umgeben. Hier einen Blick in den Innenhof vom Schloss. Heute ist hier eine Realschule untergebracht. Das Schloss nun von der Rückseite und hier ist ein wunderschöner angelegter Park. Sehr schön angelegte Beete und vor allem die Buchsbaum-Ecken. Wunderschön gestaltet, gefällt mir sehr, sehr gut. Das war der Film von mein Paderborn. Ich kann Ihnen nur empfehlen, Paderborn zu besuchen. Es ist eine schöne Stadt und auch das Heinz-Nixdorf-Forum-Computermuseum. Sollten Sie nicht vergessen, planen Sie einen halben Tag ein. Musik Untertitelung des ZDF, 2020